Du kannst nichts sehen. Ich spüre gar nichts. Aber du, du fühlst alles. Und doch gibst du dich auf. Ich bin nicht mein Bruder. Und hättest du mir gegeben, was ich wollte, hätte es nicht so enden müssen. Sein Bruder. Schon wieder full life, du Arsch. Du kriegst mir langsam auf den Sack. Au. Ich bin doch weggedodged. Je öfter du das sagst, desto weniger ist mir das egal, desto mehr ist mir das egal. Ich glaube gerade, ich schaffe die Runde nicht. Oh, fuck. Wow. Nein. Fuck. Ich muss hier irgendwo leben. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Ich bin rausgerutscht. Boah! Nein! Du kannst mich nicht besiegen! Boah! Boah! Nein! Nein! Ich bin schoen! Ich bin schoen! Was ist er, was er, was er, was er, was er? Was ist er, was er? Was ist er, was 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 er, Oh, 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 oh. Ich hatte gehofft, dass du mich im Gegensatz zu meinen anderen Gegnern endlich etwas fühlen lassen kannst. Doch kannst du nicht. Ei, 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 ei. Jetzt ist mir ein bisschen kopflos an die Sache herangegangen. Jetzt hat. Ei, ei, ei. Also. Mehr Fresse halten und konzentrieren. Wenn wir... Was machen? Wenn wir solche Kämpfe haben. Wer war er? Er kannte mich. Kannte er meine Vergangenheit? Ich hätte gerne meine Axt wieder. Wie haben sie mich nach all der Zeit gefunden? Faye. Was soll ich tun? Unser Sohn ist noch nicht dazu bereit, eine Asche zum Gipfel des Berges zu tragen. Und ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das ohne dich tun soll. Aber wir können nicht hierbleiben. Junge. Da war so viel. Ich... Ich dachte... Geht's dir gut? Mir geht es gut. Komm. Ich finde das Schild mega cool. Ich finde das Schild mega cool. Interessant, dass da Leben ist. Wer war er? Ich weiß es nicht. Was wollte er vor uns? Wer sind wir denn schon? Hast du ihn getötet? Ich habe getan, was nötig war. Durch den Vorsprung er hat er einfach die Welt geteilt. Du wirst sterben. Ich muss mich nie wieder allein. Verstanden? Verstanden. Ich weiß nicht viel. Hoch. Du musstest schon mal Leute töten, nicht wahr? Du bist das gewohnt. Wir tun, was nötig ist, um zu überleben. Tiere verstehe ich. Sie sind Nahrung. Draugar sollten ohnehin tot sein. Aber Menschen wollen doch auch nur überleben. Verschließe dein Herz davor. Auf unserer Reise werden uns alle möglichen Kreaturen angreifen. Verschließe dein Herz vor ihrer Verzweiflung. Verschließe dein Herz vor ihrem Leid. Lass nicht zu, dass du etwas für sie empfindest. Sie haben kein Mitleid mit dir. Ich verstehe. War das schon immer hier? Keine Ahnung. Warum? Jetzt werden wir jetzt mal gucken, wie es da hier geht. Äh. Padreos helfen. Und jetzt? Also. Hier geht's nicht weiter. Außer über diese Brücke. Warte mal. Ich will meine Axt hier ausgerüstet haben. Mh. Ja. Voll klein und unauffällig. Geh. Geschafft. Wie ist das? Junge. Jawohl. Gute Idee. Habe ich mir jetzt auch so gedacht. Der Serbs, das einfrieren kann, ist cool. Einmal durchgreifen hier. Den Göttern sind sie völlig egal. Menschen sollten keinem Monster anbeten. Kannst du da drauf schießen und es passiert was? Nein. Ich müsste meine Axt holen und dann selbst drauf holen. Aber dann liegt es da unten. Ja, dann müssen wir nochmal runter. Weil ich glaube, jetzt kommen wir über die Brücke nicht mehr drüber. Okay. So. Jetzt aber. Hier. Guck mal. Jetzt gehen wir hier rum. Schreibt mir die ganze Zeit hier ein WhatsApp. Warte. Mal gucken. Gehen wir gleich mal rum hier. Äh. Ja, ich auch. So. Geh rauf. Hopp. Hopp. Werden wir auf dem Weg anderen begegnen? Ja. Netten Leuten? Nein. Hopp. Wollen sie uns ausrauben? Gut möglich. Hopp. Ja. Oh. Und hopp. Und hopp. Mh. Und. Hopp. Nein, 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 nein. Wir wollen nicht nochmal wieder runter. Da unten haben wir alles. Okay. Weiter geht's. Hier sind wir. Sie wollte, dass wir losgehen. Ah, da war doch grad was. Ach, lass uns wieder runterklettern. Ich will aber die Axt ausgerüstet lassen. Ich bild die Kiste. Einmal durch mit uns. Ich weiß es nicht. Vor Wintereinbruch? Ich weiß es nicht. Schon gut. Sie sehen uns nicht. Woll ich schießen? Warte auf mein Zeichen. Wenn wir angreifen? Noch mehr Draugr? Noch nicht bereit. Leider. Putz! 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 Huh? Putz! Putz! Was war denn das? Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Das habe ich auch schon mitgekriegt so einigermaßen. Noch was? Eine schnelle Wände auszuführen. Ah! Noch mehr Gegner! Ich habe mir gedacht, ich werfe einen Ticken schneller. Ja! Schnelle Wände. Was? Projektil. Was? Du bist auch nicht richtig? Du bist aber echt aber echt nicht. Wacht es? Wacht es? Wacht es? Wacht es? Wacht es? Okay. Oh. Ja, nur wenn es sicher ist. Rage. Cool. Äh. Ich guck mich erst mal um. Ja, da steht irgendwas geschrieben. Oh, guck mal. Live. Äh, gut. Guck mal. Gibt es sonst irgendwas? Nö, 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 nö. Nur das, was da steht. Was wir da rauf müssen. Sonst ist da nichts. Okay. Was steht hier? Junge. Ja. Eine Jötnersiedlung. Jötnar? Riesen. Du kannst die Schriften lesen? Manche. Nur die Sprachen die Mutter kannte. Aber sie sind alle irgendwie verbunden. Also kann ich manchmal auch Dinge verstehen, die ich nicht gelernt habe. Weißt du? Okay. Komm, dann gehen wir hier rauf. Da ist ein bisschen Blut. Geh ich mit. Und das war ja da. Äh, ohne. Schnapp dir den da, Vater. Der ist hinüber. Der ist wirklich hinüber. Das ist ein wahres Problem. Lasst dir Zeit beim Schießen. Tempo kostet Präzision. Klar. Ist auch eine Truhe? Die nehme ich mit. Hey, ich glaube da drüben ist eine Truhe. Ach echt? Wie kommst du da rauf? Ah, meins. Was ist das? Äh, Hells Berührung. Leichter Runenangriff. Äh, ein extrem schneller Ausschluss von Energie, der alle Gegner in der Nähe zum Taumeln bringt und zurückstößt. So muss ich da auf Fortfahren drücken. Achso. Leichter Runenangriff. Achso, weil er es mir jetzt hat erklärt, wie ich eine leichte Rune einsetze. Äh. NogP, okay. Okay, ja, ist ja gut. Wählen einen schweren Runenangriff aus. Hab ich doch keinen. Ach, ich hab doch noch keinen. Nächster hab ich keinen. Will ich erstmal gucken, was das ist. Ich geh mit Schild ran. Was? Ich geh mit nem Schild ran. Mach dann R1. Mach dann leichten Angriff. Okay. Sonst hab ich, denke ich, da hab ich ja eh nix, oder? Dö. Bogen hab ich auch nix. Gleich doch. Hier hab ich auch noch nix. Okay. Weiter geht's. Axt zurück oben. Coole Moves. Aber ich will's mal kurz testen. Mach so, dann... Wow, wie machst du das? Boah, das ist geil, gell? Ich glaube, hier kommen wir durch. Ja, aber nur, wenn ich das kleine Steinchen hochhebe, bitte ich. Danke. Da ist der Berg. Gehen wir. Noch nicht. Sie hält. Siehst du? Tschüss. Lauf. Deine Eile bringt uns um. Tut mir leid. Ach. Mehr Draugar. Sie stehen so still. Sind sie tot? Ich meine... Noch toter? Junge. Nicht tot! Nicht tot! Jetzt haben wir unseren Spaß hier. Boom, boom, boom. Boom! Ähnlich ist es auch, wenn ich mal sauer bin. Äh... Ich komme hier gerade noch ein bisschen nicht so raus. Warte mal. Wird, ähm... Boom! Spatz, Spatz, Spatz. Ähm... So, äh... Erstmal euch da oben weg. Oh, ich hab zu früh zurück... äh... Zurückgerufen. Was ist mit denen die jetzt noch rumstehen? Ach, das war der letzte. War ich besser? Nimm dir noch mehr Zeit. Es ist egal, wenn du nur ein einziges Mal schießt. Zeig, dass du die Kontrolle hast. Seid ihr überhaupt Gegner? Ach so, diese... Und da kann man euch töten? Wenn ihr so rumsteht? Ja, mach mal. Rieses. Oh, das hier war mal ein Marktplatz. Die Riesen haben hier vor langer Zeit mit den Göttern Handel betrieben. Ob Odin wohl jemals hier war? Da! Über uns! Was bricht denn durch? Die Mauer! Die Mauer! Die Mauer! Und da! Die Mauer! Die Mauer! Die Mauer! Die Mauer! Ja, mach mal. Der Sieg über! Die Mauer! Die Mauer! Ja, ich bin, das hier war. Oh, 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 oh. Nee, nee. Gerade nicht so. Rechts sind noch mehr. Ich brauche mal kurz Heal. Ich brauche mal kurz Heal. Danke. Ein bisschen. Oh, oh. Au, 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 au. Oh, ich habe gerade eigene Probleme. Da. Oh, nein. Ah. Nein, lass mich hier nicht allein. Hm. Mist. Über uns. Etwas bricht durch die Mauer. Ja. Nur die ganze Zeit bin ich da hängen geblieben irgendwo am Wand. So, warte mal. Erstens schauen wir mal, dass wir gleich ziemlich runter durchkriegen. Das bricht durch die Mauer. Ja, ist ja gut. So, warte mal. Jetzt kommt hier der erste Gegner. Jetzt ist ja nicht mehr. Ich bin jetzt bereit. Ich bin jetzt bereit. immer für mein Herz und dann ups und peng 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 ja ja ich bin gerade am dodgen ähm jetzt hab ich dass du jetzt kommen willst das hat besser funktioniert das hat deutlich besser funktioniert das gerade eben aha und jetzt können wir hier durch ja die hat ja auch der Graugan gerade gemacht äh hörst du das? was ist das? wird sich zeigen bleib in meiner Nähe was ist das? ein bisschen höher hofft ich bin so weit aber ich bin selber nicht mal so weit auf den gruseligen gesang zu ja ist auch ein graugahn ich will auch hier komme ich wieder hoch nein oh Kann los! Du bist alter Festspun! Alter, Sau! Biste!